Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Darksiders, PDFLP hier, euer Chitdinger am Start. Wir müssen Asrael befreien und dazu müssen wir diese Strahlen umleiten. Ähm, sind hier irgendwo schon Strahle? Lasst uns erstmal hier hochgehen. Da kann man nicht hochgehen. Nicht schlimm. Naja, halt's mal jetzt. Hier muss ich einsetzen, hier muss ich einsetzen. Ähm. Hier oben wird man mich loben. Oder sowas. Aber. Das Ding dreht sich, ne? Und das heißt, wir können hier drauf. Es ist ja grandios, dass wir hier drauf können. Wie geht's? Oh ja, hier. Aine Bomber. Das war not fucking realistic So nochmal den ganzen Scheiß bitte Hä, der spätrollt uns So jetzt habe ich da ein Portalding freigesetzt Was bringt uns das, bringt uns das was Ja, ich muss da irgendwann durchspringen Ich glaube, um da oben dann hinzukommen, wenn die Zeit günstig ist Gut Hier komme ich ja jetzt erstmal nicht durch So, dann zeig ich mal deinen Teil Nein, das war falsch Na ja, ich weiß Ich muss die Strahlen umleiten, habe ich recht Fresse, Mann Nein, oder? Nein, ich muss hier drücken Ach doch Oh, ich dachte, die Tür wäre zu gewesen Just like that Oh shit Ich habe nicht so viel Leben, Boys and Girls Oh, der ist mal die falsche, ich dachte, das wäre ein stärkerer Gegner Na ja, gut Oh yes Ich brauche eine Lebenskiste Das würde ich sehr begrüßen Mich von hinten angegriffen zu werden Ja, ich habe die Come on brother, open the gate! That's how we do it son Oh yes Okay, we have to get our pistol out again I don't know I don't Well So, what's the other? No, don't hit you, you... Let's go Let's just kill everyone here, who could kill me Or else we can never live around Oh Ach komm schon Ich glaube ich ihn nicht treffen würde Komm 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 So, er ist auch down Wo ist die Flattermaus? Da Gute aufbauen ich glaube wir haben es geschafft ich glaube das haben wir gut gemacht da hinten ist noch irgendwas ja irgendwie ein secret vielleicht kommen wir da noch hin oh das interessiert mich jetzt aber da kommen wir da dann durch da kommen wir eigentlich abchecken hallo ha 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 grüße ja da dachte ich mir schon dass wir die richtige füchse sein müssen in dem spiel yes we did it good job guys good job well done fuck you all oh ist hier mal so eine lebenskiste oder der nächste turm ist hier eine lebenskiste okay hier ist ein portal that's nice ich glaube ich habe es richtig gemacht ja okay okay hab ich ja schon so Bock drauf ah das freut mich dass mein klingeln geysir so viel damage macht ja besser ist das auch alter ich bin auch ein gefährlicher dude ich bin so doof ich bin so doof boah leben 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 weg 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 Boah, ich mach mal irgendein Basta, aber... Fuck! Was geht ab, Bruder? Ich werde deinen Fleisch sparen! Na klar wirst du meinen Fleisch sparen! Was auch sonst? Fuck! ... Noch einer? Weeeeeey! Auseinandergenommen, nice! Sehr gut, da draußen ist noch eine Lebenskiste, die brauchen wir aber erstmal nicht, würde ich sagen... Was geht hier ab? Hier sind Portale... Da oben ist ein Schlüsselportal... Da unten ist eine Schlüsselkiste... Ach ja... Aber hier unten müssen wir gleich kämpfen bestimmt, aber egal Jodo... Let's do it... Oh... Surprise, surprise! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Down, down down the river, down down down... Dude... ok, what's going on now? Oh, a new enemy... Hmm, I have so a ungefähre idea... ...how we have to go on. We have to put everything on a block. That's why we have to go on. I can't find him anymore. Uh, I can't wait for him. I need to take care of him. I can't wait for him. I need to go... Ich habe eine ungefähre Idee, wie wir das, ich glaube, nur mit einem Block machen müssen. Schön, dass ich da durchkomme. So, den Block schieben wir jetzt da rein. Haben wir noch einen? Ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Oder? Nee, ist egal wie. What the fuck? Get the fuck away. Jetzt bin ich hier. Wo ist da so ein Portal-Ding, damit ich erstmal hier raus kann. Okay. Nein, ich wollte da durch. Oh, ich muss da durch. Irgendwas stimmt nicht So, jetzt sind wir oben Und hier oben soll man uns loben Aber... Irgendwie nicht so wirklich Da kann ich nicht drauf Ich muss Da oben hinkommen auf das Dach von dem Cage Was ist das da eigentlich für ein Scheiß Was ist das Was ist das Das stinkt Ja, ich muss das ja wieder durchdrücken Den Scheiß Das ist ja das ganze AIDS-Hafte an der ganzen Geschichte Ah, egal Gut, das machen das klären wir in der nächsten Folge wie das geht Vielen Dank fürs Zuschauen meine Übergang Pelikan Haut rein und bis zum nächsten Mal Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's